Moin, liebe Lüth. Es gibt Neuigkeiten zum Clever Sunny 540. Ich bin hoch erfreut, das erste Video, das ich zu dem Thema gemacht habe, ist gut bei euch angekommen, also wird immer noch fleißig geklickt. Ich verlinke das mal hier oben. Die Überlegungen, die ich da drin anstelle, gelten auch weiterhin. Mehr zu dem Thema, was es jetzt Neues zum Clever Sunny gibt, nach dem Intro. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Video gemacht habe, verlinke ich euch hier nochmal. Da war das Fahrzeug tatsächlich noch bestellbar. Der Clever Sunny 540 war noch verfügbar. Ich konnte ihn mir im Konfigurator so zusammenstellen, wie ich ihn mir vorstellen würde. Einfach auch, um mal zu ermitteln, wie denn der Preis aussehen würde reell, wenn man die notwendigen Extras mit dazu gewählt hat. In meinem Fall, ich habe nur als extra die 3,5 Tonnen Auflastung dazu gewählt, bin damit auf einen Preis von ca. 31.500 Euro gekommen, inklusive der Anlieferung und auch der Erstellung der Fahrzeugpapiere, die ja immer nochmal extra berechnet wird. Und habe demzufolge dann einen solchen Endpreis ermitteln können. Da fehlten zwei Sachen. Also es hat eine rege Diskussion unter meinem letzten Video stattgefunden. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Unter anderem bin ich darüber gestolpert, dass in der Basisausstattung der Warmwasserboiler nicht enthalten war. Der schlägt in der Aufpreisliste nochmal mit 500 Euro zu Buche. Und auch die Schiebetür an der Dusche, die hatte ich tatsächlich sogar noch halbwegs bewusst rausgelassen. Aber dann ist natürlich auch die Frage, was macht man dann anstelle dessen? Der Duschvorhang ist ja dann nicht automatisch montiert. Den müsste man sich dann selber rein montieren. Und wenn ich das jetzt richtig aus dem Kopf erinnere, war die Duschtrennwand, die Schiebetür, die für mich auch ein absolut sinnvolles Extra dann ist, auch nochmal mit 300 Euro bewertet. Wenn man das zusammenzählt, dann wäre dann der Endpreis, den ich im Konfigurator dann erstellt habe, dann eben noch um diese 800 Euro zu erhöhen. Wir liegen also in der Größenordnung 32.000, 32.500 Euro in der Größenordnung. Würde sich das Fahrzeug dann nachher im Endpreis bewegen. Ja, würde. Es ist nämlich leider nicht mehr verfügbar. Aktuell. Ich habe gerade eben nochmal auf der Webseite von dem Anbieter, von dem Händler, bei dem ich noch den Konfigurator habe durchgehen können, mir nochmal vorgeknöpft und da hat nochmal rauf geguckt. Und mittlerweile steht auch dort auf der Webseite, dass das Modell derzeit ausverkauft ist. Ich blende das hier mal ein, wie das bei dem auf der Webseite aussieht. Er hat sehr übersichtlich dort die sogenannte Basic-Line von Clever aufgeführt, bestehend aus allen 5,40 Meter Fahrzeugen der Clever Tour, der Clever Cleverly und eben jetzt neu der Clever Sunny. Und ja, da kamen dann auch Spekulationen natürlich schnell auf. Ist das jetzt nur ein Marketing-Gag gewesen? Wollten die nur Aufmerksamkeit? Das möchte ich mit euch mal ein bisschen durchdenken, denn ich glaube, wir tun da der Firma Clever ein bisschen zumindest Unrecht. Für einen reinen Marketing-Gag ist mir das Ganze ein bisschen zu groß aufgezogen, denn man darf nicht vergessen, die haben tatsächlich ein komplett neues Fahrzeug auf die Messe gestellt mit einem Grundriss, den es auch ähnlich so noch in keinem anderen Fahrzeug von Clever gegeben hat. So etwas, unterstelle ich zumindest, macht man nicht, wenn man nur einen kurzlebigen Messe-Gag zelebrieren möchte. Dafür geht einfach auch konstruktiv zu viel Geld und Arbeitszeit rein, ein solches Modell zu entwerfen und marktfähig zu bekommen. Also es muss ja dann irgendwo der Prototyp gebaut worden sein, mindestens der Prototyp für die Messe. Der muss fertig da durchgestaltet sein mit allen Details. Das bindet im Werk Kräfte in der Forschung und Entwicklungsabteilung. Das macht man eigentlich nicht, wenn man dann nicht irgendwo die Absicht hat, dieses Modell tatsächlich weiterzuentwickeln. Ich gehe also davon aus, dass das derzeit ausverkauft so stimmt, aber dass dieses Modell nicht dauerhaft vom Markt verschwinden wird. Schönes Beispiel, als wir den Cleverly auf dem Markt bekommen haben, der ebenfalls in der Basic-Line ist, der jetzt somit eines der günstigsten Fahrzeuge ist, die man auf dem Markt bekommen kann, da gab es einen ganz ähnlichen Effekt. Und auch dort wurde bereits in den Foren dann gemutmaßt, dass der Cleverly in Kürze nicht mehr nur nicht bestellbar ist, sondern dass er auch wahrscheinlich demnächst aus dem Programm genommen wird, ist da im Jahre 2020 gemutmaßt worden in diversen Foren. Es ist anders gekommen, wie ihr seht, denn der Cleverly ist immer noch bestellbar. Ja, mit sehr langen Wartezeiten. Das gilt aber momentan für den Gesamtmarkt. Da steht Clever nicht alleine. Denn wenn wir uns den Gesamtmarkt anschauen, dann sind lange Wartezeiten bei Neubestellungen ab Werk, die nicht aus dem Vorlauf stammen, bereits seit längerem Gang und Gebe. Im Jahre 2020 war es bereits so, als ich mich für mein Wohnmobil interessiert habe. Was mit einer der Gründe gewesen ist, dass ich auch gar keinen Gedanken daran verschwendet habe, für mich persönlich ein Neufahrzeug zu konfigurieren. Denn die Lieferzeiten waren zum damaligen Zeitpunkt bereits sehr lang. Und es war ungewiss, ob denn eine Lieferzeit, die jetzt mit einem Händler dann vereinbart wird, bei einer Neubestellung, überhaupt haltbar sein wird. Man hat eigentlich überall davon gehört, dass Liefertermine dann, wenn sie näher rücken, auch nochmal verschoben werden. Da können auch die Hersteller zum Teil gar nichts dafür. Denn es geht vielfach einfach auch um die Sachen, die vom Zubehörhandel nicht zeitgerecht angeliefert werden. Auch die sind davon betroffen, dass ihre Zulieferer wiederum nicht rechtzeitig liefern. Und wir es insgesamt mit einem boomenden Wohnmobilmarkt zu tun haben, was einfach Auswirkungen auch auf die Lieferzeiten hat. Wer da also irgendwo in naher Zukunft ein Fahrzeug haben will, der ist eigentlich gezwungen, sich auf Fahrzeuge zu stürzen, die der Händler bereits im Vorlauf bestellt hat. Das tun viele Händler, dass sie eigentlich so die beliebtesten Konfigurationen bei den Modellen, für die sie als Markenhändler dann auch die Vertretung darstellen, dass die Fahrzeuge bereits im Vorlauf so mit Standardoptionen dann bestellt werden. Diese Fahrzeuge aus dem Vorlauf sind oftmals sogar noch anpassbar. Man kann sie dann entsprechend vom Händler an den Stellen, wo Nachrüstungen möglich sind, dann auch noch nachträglich mit gewünschten Optionen versehen lassen. Das gilt aber natürlich auch nicht für alles. Also nicht alles lässt sich dann beim Händler nachträglich dann noch auswählen. Als Beispiel die Fahrzeugfarbe wird sich dann garantiert nicht mehr ändern lassen. Das sind Fahrzeuge, die bereits dann in Seewel in Italien für die Marken Citroën, Peugeot, Fiat vorbestellt sind. Und da muss man dann das Fahrzeug nehmen, das man aktuell auch kriegen kann. Ein Hinweis dazu, was gerade Farben angeht, wo ich das jetzt gerade erwähne. Aktuell soll es so sein, habe ich in mehreren Foren so rausgelesen, dass bestimmte Farben die Lieferfähigkeit des Fahrzeuges automatisch um bis zu zwölf Monate verlängern. Wenn man also jetzt eine Vorliebe hat, eine bestimmte Farbe unbedingt haben zu wollen, sollte man vorher mit dem Händler mal ein ganz offenes Wort sprechen, inwieweit das sinnvoll ist oder gegebenenfalls auch dann die Lieferung des Fahrzeugs eklatant verzögern kann, wenn man dann in der Bestellung auf dieser Farbe besteht. Zurück zum Clever Sunny. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass dieses Fahrzeug uns wieder begegnen wird. Und wenn die aktuelle Marktlage sich da ein bisschen beruhigt und abschwächt, ähnlich wie beim Cleverly, der ist sogar auf der CMT-Messe im vergangenen Jahr nicht vorgestellt worden. Den haben sie dort nicht gezeigt, weil der Cleverly so in Rückstand bei den Bestellungen bereits zu dem Zeitpunkt war, was mit ein Grund dafür war, dass die Spekulationen losgingen. Der Cleverly wird aus dem Programm genommen. Das Gegenteil ist passiert. Der Cleverly ist immer noch da im Programm. Der Cleverly bildet zusammen mit dem Tour die Basic-Line, die aktuell bestellbar ist. Wie gesagt, auch da mit langen Lieferzeiten. Und jetzt mal ganz ehrlich, da möchte ich der Firma Clever keinen Vorwurf machen, dass sie ein neues Modell wie den Sunny, das sie offenkundig sehr günstig gepreist haben, das heißt, auch die Marge für dieses Fahrzeug fällt recht gering aus, dass sie das dann auch volumenmäßig begrenzt haben. Kommen wir doch mal zu den Glücklichen, die es geschafft haben, ein Clever Sunny zu bestellen. Wer von euch ein Clever Sunny 540 hat bestellen können, schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, welche Lieferzeit euch dort angegeben worden ist und wo ihr bestellt habt. Habt ihr noch auf der Messe bestellt oder ist es euch gelungen, nach der Messe, nach der Caravansalon Düsseldorf, nach dem Caravansalon Düsseldorf, das Fahrzeug bei einem Händler zu bestellen. Das würde mich echt mal interessieren. Also da schreibt gerne mal Details zu eurem Bestellvorgang, auch zu welchen Farben und Modellvarianten, welche Extras ihr gewählt habt, in die Kommentare etwas rein. Ich denke, das ist für alle, die das Thema verfolgen, interessant, das weiter zu verfolgen. Denn ich gehe auch davon aus, dass wir den Clever Sunny wiedersehen werden. Auch interessant finde ich, welche Optionen ihr dann tatsächlich gewählt habt. Also geht ruhig mal im Detail dann in den Kommentaren mit rein, welche aufpreispflichtigen Optionen ihr dazu gewählt habt. Das ist sicherlich mal eine interessante Geschichte. Wer das Glück gehabt hat, in der ersten Tranche eine Bestellung abzusetzen, den kann man, denke ich, nur beglückwünschen vom Grundsatz her. Denn so günstig, denke ich, werden wir das Fahrzeug nicht wiedersehen. Ich gehe schon davon aus, dass die Basispreise da in Richtung der Basic-Line sich anpassen werden. Die anderen Modelle der Basic-Line haben einen Startpreis von derzeit 36.000, 990 Euro. Auch das ist nur ein Basispreis. Auch da kommt noch die Überführung und die Erstellung der Fahrzeugpapiere etc. mit dazu als Minimum. Und auch dort sind Optionen wählbar, die eigentlich für jeden absolut Sinn machen, die dazu zu wählen. Ähnliches erwarte ich auch beim Sunny. Wenn er wiederkommt in der Bestellliste, dass man ihn tatsächlich bestellen kann, gehe ich davon aus, dass er vielleicht nicht ganz auf dem Niveau der anderen Basic-Line-Fahrzeuge landen wird. Aber er wird auch nicht mehr für 29.990 Euro nochmal angeboten werden. Das kann ich mir effektiv nicht vorstellen. Da wird er sich irgendwo vielleicht in dem Bereich dazwischen bewegen. Und jetzt kommt es. Die Hersteller, die das jetzt gesehen haben, welchen Erfolg der Clever Sunny da macht. Ich hoffe, dass die sich dadurch angeregt fühlen, den Markt in dieser Richtung mit weiteren Modellen zu beschicken. Dass die also sich Gedanken darüber machen, das werden wir nicht von heute auf morgen erleben. Aber dass weitere Modelle in Entwicklungen gehen, dass dort jetzt darüber nachgedacht wird, wie man auch an der Preisschraube nochmal drehen kann, Fahrzeuge auch günstiger in den Markt geben zu können. Ganz neue Raumkonzepte sich dabei zu überlegen. Denn das hat der Clever Sunny 540 bewiesen. Er weicht massiv von den eigentlich ansonsten schon sehr eingefahrenen Grundrissen ab. Ein ähnliches Fahrzeug ist der Clever Tour auch schon gewesen. Der hat auch durch den kompletten Verzicht auf eine Innendusche und nur eine Port-a-Porty-Toilette, die in einer Schublade quasi verstaut ist, hat der auch schon ein völlig anderes Raumkonzept hervorgebracht. Also da ist die Firma Clever wirklich innovativ, was das angeht. Und diese Innovation, die kann jetzt gegebenenfalls auch bei anderen Herstellern und vielleicht sogar bei ganz neuen Playern kommen. Da bin ich gespannt drauf. Da seid ihr sicherlich auch gespannt drauf. Und da lassen wir uns überraschen. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Ich фотографische Hoffmann. Da geht es zusammen, weil es das ein Problem ist. Ich dort ja auch etwas überraschend. Und daря либо